hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen fortnite video heute geht es mal darum wann zur fächse wieder in fortnite item shop reinkommen denn viele zuschauer fragen mich regelmäßig in den kommentaren ob es irgendwelche leaks gibt oder irgendwelche infos wann zur fächse wieder in den fortnite item shop kommen könnte und ich möchte euch in diesem video ein paar so genannte predictions leaks sagen zu bevor wir zum thema kommen ganz wichtig ich mache momentan ein gewinnspiel der ich verlose eine 5 euro passive card wie ihr mitmachen könnt es ganz einfach ihr müsst einfach unter den kommentaren euer epic games namen hinschreiben und ganz wichtig ihr müsst abonnent sein denn ich kann nachchecken ob ihr abonnent seid genau ich habe ich dann auf eine word detail und dann macht ihr mit beim gewinnspiel ich lose dieses gewinnspiel am 7 märz aus 2022 also zuallererst gucken wir uns erstmal an wann überhaupt zur fächse also zuletzt im item shop war letzt war am ersten januar 2022 im item shop wenn man sich das so anschauen kommt zur fächse eigentlich alle 30 tage meine prediction ist dass zur fächse dass zur fächse im februar kommt vermutlich dem 2. februar dritten februar ist meine prediction ja wenn ich das gefahren hat dann lass doch gerne ein abo und like ich würde mich sehr supporten und würde ich sagen ich habe noch einen schönen tag auzeln rein rein